Na, kommen wir mal durch, danke. Okay, es wird immer häufiger. Vergessenheit geraten sein. Mal sehen, ob er... Er ist aktiv. Und das Syndikat hat keine Ahnung, dass er existiert. Aber ich kann keine Verbindung zu meiner Iris herstellen. Alte Protokolle vermutlich. Das Ding hat einen holographischen Eingang. Es könnte in der Lage sein, physische Daten zu lesen. Und es blinkt im gleichen Rhythmus, wie Nelas Päckchen piept. Als wollte es Verbindung aufnehmen. Vielleicht sollten wir seinem Willen entsprechen. Nelav Pcheck, Eigentümerin von Nela Bytes. Ich hinterlasse diese Nachricht. Die Parteiführung des Manifests hat diese Operation nicht genehmigt. Martha Riebers hat keine Kenntnis von dem, was gleich passieren wird. Ich handele aus eigenem freien Willen, als Teil einer Splittergruppe des Manifests. Wir sind es leid... Martha Riebers glaubt an die Politik. Sie ist eine Idealistin. Ich wünschte, mehr Leute wären wie sie. Aber um die Wahrheit zu sagen... Die Demokratie ist tot. Gesiegt haben die Konzerne. Die Wahl? Fassade. Ein fettes, eitriges Geschwür von einer Lüge. Eine Show der Strippenzieher vom Syndikat fürs Proletariat. Wer immer diesen Herbst gewinnt, es wird einen Scheißdreck ändern. Dafür haben sie gesorgt. Sie haben sie alle in der Tasche. Alle sind korrupt. Alle. Das darf nicht so weitergehen. Wir müssen die Dinge aufrütteln. Neu anfangen. Deshalb werde ich... Deshalb werde ich heute etwas tun. Man hat mich gebeten, vor dem Hauptquartier des AI auf der Kaprova eine nicht-letale E-Bombe zu zünden. Diese Spezialanfertigung ist dazu bestimmt, die Kommunikation des AI zu unterbrechen, ihre Operation zu sabotieren und ihre Kampfanzüge lahmzulegen. Es ist eine... eine Nachricht. Eine laute, dreiste Nachricht. Aber... Das ist auch bloß wieder eine Lüge. Die nicht-letale E-Bombe ist durch ein sehr letales Antimateriegerät ersetzt worden. Die Explosion wird mich töten und jeden anderen, der sich in Reichweite befindet. Es wird Opfer geben. Militärische und... und Zivile. Sie werden die Riebers beschuldigen, radikalen Unterschlupf zu gewähren und zur Gewalt aufzurufen. Das Manifest ist am Ende. Sie wissen nicht, dass ich es weiß. Wenn sie es wüssten, wäre ich schon tot. Aber... Ich muss die Sache durchziehen. Weil, wenn ich's nicht tue, dann ändert sich auch nichts. Wenn ich mich an die Behörden oder an die Presse wende, kehren sie alles unter den Teppich und lassen mich verschwinden. So was können sie gut. Aber wenn ich alles nach Plan durchführe, wird jeder aufmerksam. Sie werden keine Wahl haben. Und dann? Hinterher? Dann werden die Schweine bloßgestellt, die da die Strippen ziehen, die diese verfluchte Bombe gebaut haben. Wattikorp. Ich werde als Terroristin und Mörderin dastehen. Aber die auch. Und die haben viel mehr zu verlieren. Ich hatte Glück. Sie sind arrogant und schlampig gewesen. So bin ich drauf gekommen. Und sie haben Hinweise hinterlassen für jemanden, der... N-I-N-G. Penning. Die Kammer wurde vertauscht, ehe ich... ...und die Sache zu Wattikorp zurückverfolgen. Wattikorp. 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 Die Nachricht verschlüsseln und mit einer Totmannsschaltung im lokalen Kabelnetz versehen, die ausgelöst wird, wenn meine Iris dunkel wird. Ich muss darauf vertrauen, dass die richtigen Leute den richtigen Signalen folgen. Runter in den Untergrund. Es tut mir wirklich leid, dass Menschen verletzt werden, getötet werden. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich weiß bloß nicht, was ich... Meine Güte. Ich kann nicht glauben, dass Nila das getan hat. Die Leute, die sie verletzt und getötet hat. Ich kann Hannah nicht die Wahrheit sagen. Sie würde sich nur selbst die Schuld geben. Wir müssen Wattikorp. 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 Wenn es hilft, eine Verbindung zwischen dem Manifest und der Wartikop herzustellen. Wir müssen das zu Mira bringen, zusammen mit dem Antimateriegerät. Sie kann uns helfen, die Punkte zu verbinden. Und bei ihr kann ich träumen, ohne dass ich in Gefahr bin. Gehen wir zum Warenlager. Ich weiß nicht, wie lange Abby die Typen aufhalten kann. Wird dir auch nichts passieren? Sie ist einfallsreich und schlau. Klagebuch aktualisiert. Ah, kurz mal überlegt, was ich gerade machen muss. Haben wir das schon gelesen? Warte, ich muss gerade überlegen, was wir schon gelesen haben. Okay, das haben wir geschafft. Okay, das haben wir gelesen. Okay, 28. September. Dieses Jahr wird immer besser. Ich nenne es das beste Jahr. Wir begangen mit einem Koma. Im zweiten Akt wurde mein Freund ein Selbstmordattentäter und ich landete wieder im Krankenhaus. Hallo, schicke Hauttransplantate. Auf Wiedersehen, toller Pferdeschwanz. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, dass der dritte Akt von 22.20 bringt. Großen Reichtum, perfekten Sex und viele, viele fruchtige Trinks, nehme ich an. Yay, das war ein langer Sommer und jetzt stecke ich in meinem Apartment mit eingeschränktem Netzzugriff, beschissenen Essensrationen und ohne Weg aus Propast heraus fest. Und nicht nur das. Jetzt bin ich auch noch arbeitslos. Mira hat mir gekündigt mit einer aufgenommenen Nachricht. Elegant. Aber ich bin nicht sauer. Propast ist komplett abgiegelt, also gibt es keine Kundschaft. Sie konnte es sich nicht leisten, mich weiter zu beschäftigen. Sie hätte es mir trotzdem persönlich sagen können. Pah! Eigentlich bin ich überrascht, dass ich noch nicht in einer tiefen Depression stecke. Vielleicht packen die irgendwas in diese Essenration? Wenn dem so ist, danke, o großartige Firmenbosse. Wo wir gerade von meiner mentalen Gesundheit sprechen. Ich konnte schon eine Zeit lang nicht mehr mit Roman sprechen. Man hat mir gesagt, er sei im Krankenhaus vorbeigekommen, um nach mir zu sehen, aber ich war mit Implantaten bedeckt und sah vermutlich aus wie der letzte Dreck. Ich denke mal, dass er Propast verlassen hat. Es muss das Haar sein. Das magische Haar zieht alle in seinen Bann. Wenigstens habe ich noch Visa, auch wenn er nicht hier ist. Das ist gerade die einzige positive Sache in meinem Leben, nicht wahr? Yay, yay, es ist gut. Es war schwierig, aber wir schaffen das. Die Liebe bewindet alles und so. Also, was noch? Ich zwinge mich dazu, das hier alles aufzunehmen, denn wenn ich es nicht mache und jemand meine verrottete Leiche in diesem triple deprimierenden Apartment findet, wahrscheinlich die Todesursache an schlechten, rationierten Sündschokoladenkekseln erstickt, werden sie nie mein wahres Ich kennenlernen. An den Finder meiner Leiche lösche dieses Tagesbuch sofort. Jedenfalls, Spaß beiseite. Habe ich Baruti getötet? Ich meine, ich habe ihm nicht direkt eine Kugel in den Kopf gejagt, aber wenn ich ihm nicht die Daten gegeben hätte, was wäre dann passiert? Wäre er am Leben geleben? Wären die Daten da draußen? Würde die Welt die Wahrheit kennen? Ich habe jetzt die Daten. Baruti hat sie mir überlassen und ich habe sie mitgenommen, nachdem ich das Krankenhaus verließ. Ich kann sie Sally nicht schicken, weil das Netz nicht funktioniert, aber wenigstens habe ich sie. Jetzt muss ich mir nur noch den nächsten Schritt überlegen. Es tut mir leid, Baruti, dass ich dich im Stich geließe. Ich werde alles tun, um diejenigen, die für deinen Tod verantwortlich sind, zur Strecke zu bringen. Also, lieber Leser und Finder meines verrotteten Körpers, die letzten Monate waren echt scheiße. Ich esse furchtbares Essen, ich schaue mir zu viele Reality-Shows an, ich schlafe so um die 15 Stunden am Tag und ich habe keinen Kontakt zu irgendwem. Ich könnte genau so gut tot sein, aber wenigstens lese ich eine ganze Menge. Hm, okay. Hat was damit zu tun, was da passiert? Das ist irgendwie verbunden. Ich wurde gerufen und es ist Zeit zu antworten. Ich weiß nicht, ob das hier der letzte Allhagebuch-Eintrag ist, wenn das alles ist, was von mir übrig bleibt. Ich hoffe, dass es irgendwie einen Unterschied macht. Ach ja. Und wenn ihr irgendwo ein Bild von mir druckt, dann sucht bitte eins ohne diese Hauttransplantate. Okay, das heißt, das, was sie da an der Seite hat, sind Hauttransplantate. Das habe ich jetzt verstanden. Wo ist Hanna? Ach, Hanna ist schon wieder zurückgelaufen. Okay, dann folgen wir mal Hanna. Ja, Hanna, warte, warte, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. So. Jetzt werden wir Hanna folgen. Das heißt, Hanna bestimmt auch wieder, wo es lang geht. Dies war es aber nicht so viel zu erzählen. Ich hatte diese andere Welt vergessen, bis vor kurzer Zeit. Ist es das, worum es hier geht? Parallele Welten? So etwa. Da geht etwas vor in dieser und in der anderen Welt. Und es bedroht den Traum. Den Traum? Er hält die Realität. Real? Ohne den Traum hören die Dinge auf zu existieren. Er ist wie eine Blaupause für alles. Klingt genauso sinnvoll wie sonst irgendwas, schätze ich. Und du musst die Sache ins Lot bringen. Das muss ich. Die Wattikorp und die Dream Machine spielen eine große Rolle auf dieser Seite der Zwischenwelt. Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite passiert. Gibt es irgendwas, das ich hier tun kann? Wenn es das gibt, lasse ich es dich wissen. Im Moment brauche ich eine Dream Machine, die man nicht rückverfolgen oder von außerhalb abschalten kann. Okay. Wir sind das halt angekommen, würde ich mal vermuten. Was ist das hier? Ich weiß es nicht so genau. Ein Teil davon ist uralt, aber diese leuchten den Röhren? Die sind neu. Ich frage mich, ob die was mit diesen Nichtlüftungsrohren oben zu tun haben. Nichtlüftung? Queenie hat mal sowas erwähnt. Irgendwas ist komisch an dem Ganzen. Ich fühle mich eigenartig, als würden meine Knochen vibrieren. Wir sind bald da, komm. Wieso ist meine Haut... Meine Güte, ich löse mich auf. Zu Landens Warenlager geht es gleich durch die nächste Tür. Was hat das denn so für ein Problem? Ist das gut, Saul? Hoffen wir mal. Ah. Hier ist es. Warte, ich mach die Tür auf. Folge mir einfach. Ich mach... Scheiße, das Ei. Geh weiter, ich lenke sie ab. Den Teufel tust du. Das hältst du keine Minute durch. Ich kümmere mich um die Sturmtruppen, du kümmerst dich um das Antimateriegerät und deine Dream Machine. Aber ich weiß nicht... Wir verplempern bloß Zeit. Du musst das tun. Such nach einer blauen Kiste mit den Buchstaben DEW drauf. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Schnapp dir eine Antimateriekammer, scanne sie, lade die Rückverfolgungsinfos von ihrem System und dann ab durch die Mitte. Aber öffne diese Tür nicht von deiner Seite auf. Warte auf mich. Wenn die Luft auf meiner Seite rein ist, mach ich dir wieder auf. Okay? Ich weiß nicht. Schon klar. Okay, blaue Kiste. DEW. Viel Glück. Hab ich nicht nötig. Bis gleich dann. Okay, wir sind... Wow. Speichern. Finde eine Antimateriekammer in einer blauen Box mit Aufschluss DEW. Beschaffe dir eine von Mr. Lonsen modifizierten Dream Machines. Hier sind Leute. Leute, wie soll ich denn das schaffen? Mr. Lunden ist ein mitfühlender Mensch, sozi. Er mag keinem wehtun, nur wenn er muss. Das schmerzt ihn, klar. Schmerzt ihn sehr. Aber auch Mitgefühl hat Grenzen und du überschreitest sie gerade. Du machst es uns allen bloß schwerer. Schau mal, Mr. Lunden ist untröstlich. Er hat echt Tränen in den Augen. Das hier muss nicht sein, sozi. Komm schon, mach's dir doch leichter. Hier stehe, stirb mit Würde und weiter. Ich muss ihn da weglocken. Okay, wir müssen auf jeden Fall auffassen, dass wir nicht gesehen werden. Da hätten sie Bots. Das wäre eine Idee. Warte mal. Hey, das ist Scheißbot. Was macht ein Scheißbot hier? Das ist Scheißbot. Was macht der denn hier? Oh, was? Scheißbot? Was machst du denn hier? Ich kenne niemanden mit diesem Namen. Sie haben dir die Festplatte gelöscht? Diese Monster. Na ja, um ehrlich zu sein, ich kann verstehen, warum sie dir die Platte gelöscht haben. Aber trotzdem. Schade drum. Du hattest eine Persönlichkeit. Hey, ich habe eine Persönlichkeit. Die alte hat mir besser gefallen. Und ich fasse es nicht, dass ich das gerade im Ernst gesagt habe. Okay. Jetzt die Frage, was wir machen müssen. Irgendwie müssen wir ja... Okay, hier ist auch noch alles okay. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Bis zum nächsten Mal.